hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren part von meinem lieben spiel nämlich the last of us hier bei yano place ja wir spielen jetzt auf der playstation 3 das wisst ihr bestimmt schon und ja wir waren letztes mal unten bei diesem bahnhof oder was das war bei diesem haus auf jeden fall und da haben wir einen klicker und hier haben wir auch schon einige klicker und wie sieht da nicht zum beispiel einer aber den haben wir abgeschossen und ja wir sind mit elli und tessa unterwegs und wir gehen jetzt durch diese tür mal sehen was dahinter ist nichts interessantes für uns gehen wir nach unten ist zugemacht die man nach oben hat oh mein gott was soll ich denn da oben hier weiß ja nichts öffnen ah das ist nur ein runner da können wir ja mal einen schlagen also zusammen boxen der hat den hat den hat den kopf zusammengeschlagen und starkes mädchen hoppam perfekt starkes mädchen bamm 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 bam so jetzt perfekt alles aber ja das war's ich nehme mal medikits wir haben ja noch zwei davon jetzt ja ich auch wir kommen gleich zuerst will ich noch ein und schauen was sie in sich sonst noch weiß also nie durchgekommen hier durch sind die gekommen oder so hinter wo jetzt was ich auch noch mal eine flasche habe ich nicht mehr haben unsere ziegel die mich lieber mag und weiter geht's verstaubt hier drin anscheinend aufs dach wie sie gesagt hat okay jetzt war halt kaputtes haus taschenlampe kann man auch hier ausmachen so guck mal euch die stadt an diese aussicht ist echt grandios und dieses haus ja ist ja genau da vorne ja ich sehe es ja das ist mit der goldenen kuppel und wie kommen wir jetzt noch drin springen oder was mit heiß gelb war okay ich weiß jetzt ein brett nehmen können da rein jetzt mal nehmen wir uns das brett und legen es dann dorthin so kommt schon achtung elli du kommst mit ein brett auf den kopf und da ist ein firefly zeichen wieder an der wand gesprayt worden okay sei vorsichtig wenn du drüber gehst das ist ein bisschen cool gemacht wieder und ist es das was du dir erhofft hast ich weiß noch nicht aber man was für eine aussicht ja genau schön aussicht ja jetzt kommen ein bisschen die die fahrte gefühle hoch sieht man immer ein bisschen an weiter geht's wieder mal heisst dich zusammen ja ma'am ja ma'am sie stresst da voll der chillig aber ok wir müssen weiter das ist der boss anscheinend ok weiter so gleich hier um die ecke komm wie weiter kleine ja das sieht man wieder es wird eine der stellen die ich am besten finde in diesem spiel weil ja hier die blätter alles nach oben da ist nass da sind noch halbe blätter ich finde das ist einfach cool gemacht cool ja man sieht einfach noch was was ähm noch als letztes an der playstation gebracht hat was in der playstation noch so drin steckt aber die playstation 3 ähm hat jetzt einige jahre ähm war es einige jahre aktuell und jetzt kommt dann die playstation 4 also sie ist schon draußen ja sie ist schon draußen und ja man sieht einfach hier noch was alles noch in der playstation 3 drin steckt ja da haben wir einen Toten mal an auch ein firefly ja was hat er ja ja ich weiß es einfach obwohl ich ja keine ahnung aber ok dann gehts weiter da hoch oder was ne ich glaube ja wir müssen den das hier nehmen wieder 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 nehmen und dann können wir nach oben klettern Achtung Ellie du wirst von einem container überfahren ja wieder raus im weg kannst du es nicht schieben hoch und rüber na genau was haben wir hier drin hinten nichts ja einspurt sagst du es da ist die goldene kuppel sie sieht für mich goldig aus nicht trennen ich will auch zu euch sie kann nicht schwimmen auf der rechten seite auch auf der rechten seite guck mal wie das aussieht hier aber echt geil gemacht gehen noch da pack sie und was hat es noch hier da ist nichts da können wir noch schauen so guckt euch guckt euch mal dieses spiel das ist das beste ist überhaupt schafft das GTA 5 nicht das wird es nicht schaffen schafft es auch nicht hat es nicht geschafft für mich das ist mein Lieblingsspiel nämlich GTA 5 obwohl ja bei GTA 5 es hat viele mehr Möglichkeiten das zu machen das ist ja auch ein open world spiel und das eben nicht aber hier kann man auch online spielen habe ich mal probiert aber ja nicht lange nur ganz kurz vielleicht 5 minuten aber ja wird es nicht mehr zu GTA 5 und zu online so hast du was das können wir vielleicht mal in einem anderen Part machen oder wenn die Story fertig ist oder so aber jetzt wenn ich noch hier weitermachen und das ist ja nicht das was ich euch zeigen will ja ok was haben wir noch gar nichts bis jetzt nichts ah hier kommen wir rein oh scheiße und was machen wir jetzt was machst du da Tess oh Gott vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel ups wie weit soll das hier noch gehen so weit wie es eben gehen muss wo ist dieses Labor oh ich weiß es nicht sie hat nur gesagt es wäre irgendwo im Westen was machen wir hier das geht uns nichts an was weißt du denn schon über mich ich weiß dass du klüger bist als das ach ja wir sind abscheuliche Menschen Joel und zwar schon echt lange Zeit wir sind Überlebende das ist die Chance es ist vorbei Tess wir haben es versucht gehen wir nach Hause ich werde ich gehe nirgendwohin hier ist Endstation was irgendwann musste es ja vorbei sein was erzählst du das nein fass mich nicht an oh nein scheiße sie ist infiziert Joel lass mal sehen ich wollte nicht zeig es mir oh Gott ups was zeig mir deinen Arm das ist drei Wochen alt mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer das hier ist real Joel du musst die Kleine zu Tommy bringen er kannte diese Leute er kennt bestimmt auch ihr Versteck oh nein 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 du wolltest das hier ich mach das nicht mit doch machst du hey ich weiss ich bedeute dir genug dass du mit diesem letzten Wunsch nicht abschlagen kannst also bring sie zu Tommy oh shit oh scheiße sie ist infiziert Tess obwohl wir gerade ein vollständiges Team waren aber jetzt ist ja es geht gar nicht das werde ich auf keinen Fall ich verwandle mich nicht in so ein Ding na los mach es mir nicht so schwer oh ich kann kämpfen nein geh einfach geh doch endlich Ali Ali tut mir leid ich wollte das nicht los beweg dich doch jetzt sind wir hier zu zweit nur mit Ali umschauen anscheinend ist hier hoch und da hört man auch schon wie sie schießen oder wie da liegt sie sie ist gut oh scheiße das ist tot ja das weiß ich auch aber er ist noch umschauen sonst geht schau nicht weg ja jetzt berühmte ich es wäre nützlich spring es liegen gar schon los das gefällt papa ne waffe jahrgewehr perfekt das sind nur noch munition wo kommen denn die anderen überall blut was machen wir ich habe es nicht aber nicht nehmen wir lieber die Pistole die ist headshot ah komm ich wollte den abschießen da bekam auch einen headshot hier ah scheiße frisst das du dreck sein so komm und jetzt breng da ich muss den medikit nehmen sonst verreck ich hier noch ok das sind nur na gut du willst dazu die harte tue na klar will ich das was er lernt so komm headshot was wollen wir weg mit dem drüber kommen sie ja nicht mehr aber er ist tot ist ja immer gut oh mein gott so komm frisst das hier ja geben uns ok wo kommen jetzt noch das waren jetzt schon ein bisschen viele also das war nicht so viel eigentlich nochmal und dann haben wir noch das hier Leben haben wir noch so halb voll und dann ist das Leben ne Pillen ist ein Pillen ok hier raus von James boah guck mal jetzt wieder hier wie cool das gemacht ist die waren gelb überall Dreck wenn hier die Pflanzen wieder hoch wachsen das finde ich einfach genial immer ein Stock wieder können wir auch etwas herstellen überhaupt ja Messer so schön medikit nicht ne aber ein Messer und bei Pillen können wir da noch was ja Lauschmodus ist dann in den Settel ne warten wir noch müssen wir nach unten hm 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 wir müssen durch den Gang warte mal wir sind auch ne ich weiß nicht wie viele es sind das weiß ich auch nicht warte mal wei 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 sind ist warte mal ich bin mir die Pistole wie's denn hier oh scheiße ich bin da hinten tut mir den da kommt der auf den Kopf komm schon geh in Deckung Joel ja so viele ja ich geh mal auf den hin und dann haben wir von dieser Seite mal keinen mehr da jetzt da oh scheiße ich glaube nicht das Leben hat schon wo ist der andere, der kommt von da hinten ok wo willst du denn hin genau was willst du denn genau machen ok ich geh denn mal der hat ja keine Ahnung was der macht dann wir können mal die Leichen noch plündern ich geh mal wieder was denn schauen ah danke wir haben eine Medikit bekommen danke kleiner so wo haben wir noch oh der letzte das letzte der Arschloch da vorne ok der ist dann nach vorne gekommen 1 1 1 1 1 2 ich werde hier suchen wer sieht mich denn da ja aber ah der da ist aber hier ja komm du bekommst du bekommst mal einen auf die Fresse du ich hab mir ja die ganze Zeit gesucht ich dachte du bist nach vorne gegangen aber ne dann bekommst du halt nicht ins Gesicht ok wo ist denn denn dort hintern das war doch ein Headshot ah der hat einen Helm auch gehabt der Helm soll jetzt noch erst weg ein bisschen Leben eine Portion Leben komm da ist ja ein Helm nach dem Boden so komm greifen an oh man was hast du denn kleiner wir müssen ihn doch töten was soll man denn sonst machen bam so jetzt perfekt ihr schafft aber wie sieht der hat noch ein bisschen Munition hier oder Revolver können wir nachladen so perfekt ja ok weiter gehts beim nächsten Part hier bei Young Place mit The Last of Us ja ja